ja Leute, ich bin's wieder, Markus von LappenTV. Ja, wir spielen heute wieder WOMTOLOVER 2 und äh, letzte Folge haben wir Avilcha und Amunion eingenommen gegen die, äh, Garamanten wo wir Kriegführerin noch Garama ist noch da äh ja, wenn wir, äh, Garamanten besiegen, habe ich mir gedacht, die greifen, äh, die Lappen hier an die kleinen, nenn, Dinger da Gehera, Main und Himcha die werde ich dann, und diese Maskat, genau, Maskat auch noch die werde ich dann alles einnehmen werden so anhaben, dass dann halt die Armee nach äh, Karamutas geht und die Armee, wenn wir dann mit der Armee, glaub ich, das dann einnehmen hoffe ich wenn wir mit der Armee dann, äh nach naja, ok, nee mal schauen, ähm, gucken wir erstmal erst nach dem Krieg ich glaube, wenn wir das hier, äh einnehmen dann werde ich, äh, nach Spanien gehen und alles einnehmen und dann werde ich, äh, die Pastanen angreifen ja, so habe ich mir das gedacht wir haben 106. Siedlungen wir müssen alles besiegen, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie ja, das nicht, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen und kultureller Sieg ja, die jo, ne guck mal, ne haben wir hier irgendeinen äh, nein der wurde bezogen ja, dann haben wir jetzt bei allem, wir müssen ja mal 14 Summen einnehmen wir fordern nur ein geringes mein Herz großzügigkeit immer ihr seid ein würdiger Verhandlungslager ja, das nehmen Jan, den Tee knickte man wieder weitere 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 Provinz das ist doch schön ne wendigwalt äh weil da fast so ein Koichi sind wir nicht den worden wir sind doch irgendwo dahinten hier da bei Galatien in Galata wie die heißen, keine Ahnung ähh, ja ja, dann haben wir eine weitere Armee, die gehen erstmal nach Lepkes wieder zurück. Ähm, und kann ich da einen wegnehmen? Ja, kann ich. Kann ich, kann ich, kann ich. Und die werden dann nach Kamutas gehen. Ja, dann werde ich dann nach Armeen Hacker und Petra Stellung nehmen. Kamutas greift dann die Himmelscher an. Hekra, äh, die Main und Petra Nee. Hekra, Marib und Petra, ja, Trip. Ja. Können wir einen Armeen ziehen? Ja, können wir. Nice. Dann tue ich die nach Zuluska, dass die dann Karaks annehmen können. Und Salam ist ja auch. Mal schauen. Mal gucken. Mal gucken. Okay. Und die schicke ich mal dahinter. Er ist noch da. Mach da. Mach da hin. Ich glaube, ich brauche die da hin. Ich weiß, es hat mal plus 5, Alter. Wat ein Wunder. Wat ein Wunder. Hier, wo werde ich wahrscheinlich, ich werde wahrscheinlich meine, ähm, Invasion in Norden in Spanien in Beginn. Also in Begantium und in Arkellum. Und um Antio halt dann auch. Ja, was wird dann haben wir von der guten Rolle. So, dann bin ich schon mal vorbehalten hier getroffen. Werden wir mal die Runde. Oh, nee, noch nicht. Bios. Ja, das ist immer gut. Wenn wir die Runde. Gemeinsam haben wir viel erreicht. Oh, lol. Okay. War jemand gestorben. Ja. Ihr Hunger nach einer Schlappe. Hm. Jetzt sind wir jetzt zwei wieder. Mensch, Meier. Warum das hat jetzt auch mal, ja, gesagt, nee, nee. Dann bocken wir auf euch. Geil. Jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir 116. Geil, Alter. Geil. Oh, Mann. Wichser. Ja, die werden sterben. Die werden sterben. Ich hoffe es nicht. Was, ja, die Kötze gerne. Ja, ne. Tu mir vielleicht die Armee da hin. Hier sieht ja gut aus. Ja, ja. Mal warten, bis die Armee da ist. Wir müssen warten, bis die da sind. Ja, und dann werden die halt, die zwei Armeen halt dann Krieg gegen Rotters führen. Später mal. Ich glaube, wenn ich das hier vernichtet habe, werde ich jetzt mal Rotters vernichten. Ja, ich glaube, die zwei Armeen schaffen das. Da ist sogar eine dritte noch Armee. Also alles easy. Ich habe sogar meine Stoppe aktiviert. Schon mal geil. Ähm. Ich werde aber erst gegen... Tja, habe ich beruhsert. Äh, gegen Himscha und gegen Main vorgehen. Und dann gegen, äh... Und dann gegen, äh... Gehera und dann gegen Maskat. Mal schauen. Die haben ein... Die haben kein Bindes... Die haben kein Bindes... Die haben kein Bindes, ein Eis. Sehr gut. Ja, die haben das hier... Mit Maskat. Okay, das ist... Das macht ja nix tun. Ja, Paterian, zwei Koste reiche noch, so. Das macht ja nix tun. Mehr Ruhe und... Partieren. Ah. Okay. Dann nehmen wir auch dem. Spion! Hier steht datenlos rum, während sich diese Zecken immer weiter fest... Nope, nope, nope. Wir fordern nur eine geringe Suche. Mein Herr sieht großzügigkeit immer gern. Mein Herr erwartet, dass er es für angemessen haltet, seine Schatzkammer, um eine geringe Summe, nahezu ein Spottgeld, zu bereichern. Die Schatzkammer Da fehle eine gewisse Summe Gold. Vielleicht ist es euch ein Anliegen, diesen Missstand zu begleichen. Ich bin da vergessen. Ich bin da vergessen. Schau. Kommandant, zu euren Dienst. Ich erwarte eure Befehle. Was? Sehr schön. Bereits um Kampf! Mh, mh, mh. Mag riechen. Wer ist denn auch mir? Ich glaube schon, 117 jetzt, ne? Naja, macht weiter, krieg mit denen. Spass dabei. Oder? Ich weiß nicht. Und wenn wäre ich die Revis gehen, dann wäre es nicht recht. Und wenn wäre ich die Revis gehen, dann wäre es nicht recht. Wir hungern nach einer Schlacht. Mh, mh. Bereit zum Kampf! Na ja, joh, 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 joh. Das ist ein Flevum. Das ist ein Flevum. Ja, ich habe das. Ich habe das. Das ist ein Flevum. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Das ist ein Flevum. 15 nachgestus. Haben wir. In 15 minuten. Schon. Das ist ein scheiß. Das ist ein Flevum. Wer unser Plan steht. Wer unser Plan steht. Die werden bald fallen. Die Schweine. Ein edler Tod. ich erwarte Eure Befehle ja dann kann ich immer loslegen mit der zeit fangen zwei dinge anzustehen ihr ja sorry ich muss leider kurz durch habt ihr noch weitere Befehle sehr schön ja wenn ich die Himtscher und Maen besiegt habe und jede Armee wird die Himtscher Armee nach Machef gehen die und die nach Gehera oder die heißt die einer Charax ist logisch schön die 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 dann auch mit angreift alter hat die jahre geschickte europäische kalterien noch nicht was ich hasse steinsteuerer leute ich hasse sie ich hasse sie ich würde sie immer hassen das so ein bisschen ich bin aber ich habe noch kein bläden die mich ich habe alle neunforsche wenn wir hier in spionen Und dann bei den Tieren. Und dann bei dem.